Hi, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich etwas, was ich bisher noch nie probiert habe. Corsair. Quinoa. Hm? Quinoa? Ist das nicht dieses Zeug, was Gwyneth Paltrow immer wieder sagt, ist viel, viel besser als Weizen. Im Grunde ja. Also, wir haben hiermit zu tun mit einer sogenannten amerikanischen Whisky. Und das ist Whisky Base 7. Nee, Entschuldigung. Whisky Base 3 7 8 9 2. 46%, 68 Euro, wenn man den finden kann überhaupt. Der ist ein bisschen schwierig zu finden. Und der ist 20% aus rote und weiße Quinoa gemacht und 80% ist im Grunde Gerste. Und dieses Quinoa kommt denn aus, ich versuche das jetzt hier auszusprechen, Saskatchewan in Kanada. Und es soll sehr, sehr nüssig sein. So, Derek Bell, Mitbegründer hier von Corsair. Er ist in Nashville, Tennessee. Und die haben auch in Bowling Greens in Kentucky, nicht ganz weit weg, auch eine zweite Standbein aufgebaut. Und die haben im Grunde experimentiert ohne Ende. Die haben sieben verschiedene Standardabfüllungen. Eins davon ist diese Sache, was bei den Standardabfüllungen heißt, heißt woanders experimentelle Abfüllungen. Und die haben 19 zusätzliche Experimente schon gemacht, die sich noch nicht im Programm regelmäßig aufgenommen haben. Die füllen ungefähr 100.000 Flaschen im Jahr ab, was echt das ist, was andere, ähm, ähm, was in anderen Distillerien, sag mal, Jim Beam oder Jack Daniels tatsächlich in ein oder zwei Tagen dann schaffen. Ähm, Derek Bell hat tatsächlich gelernt, Distilling-Meister zu sein, bei Bruchladig. Also Bruchladig, der Distillery Academy. Und, ähm, die benutzen Podstills. Und das Zeug ist, halt euch fest, zwischen, je nachdem wo man liest, fünf bis Maximum 18 Monate alt. Meistens nur zehn Monate alt. Und die machen das immer wieder in acht Fässern, Batches, so Chargen. Und jedes, ähm, Fass umfasst nur 15 Gallonen. Also 15 mal vier, sagen einfach mal, sind 60 Liter Fässern. Also ungefähr Quarter Cask. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, werden wir sehen hier. Wenn man den googelt, findet man ganz wenige Videos. Ein paar Leute haben das dann 2014 probiert. Ob das der wirklich der Hit ist, weiß ich nicht. Ich hab meine jetzt hier von, ähm, The Whiskey Exchange aus England. Ich hab da eine Bestellung mal gemacht und merkte, oh, guck mal, hier sind ein paar Samples, die ich noch nicht hatte. Hab das da reingetan. The Perfect Measure. Also ich hab genau drei CL gehabt. Und das ist wirklich ein American Whiskey. Also mit American Whiskey heißt es, es ist noch nicht mal so alt. Und die können alles Mögliche reinhauen, was sie wollen. Und manche Leute streiten auch darüber schon, dass Quinoa kein Getreide ist, sondern es ist ein Pseudogetreide. Ähm, sogar verwandt mit Spinat. Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Leute in Südamerika da schon vor 4000 Jahren angepflanzt haben und die haben davon auch gut sich ernähren können. Warum das nicht in Whiskey reintun? Aber auf dieser Flasche steht da Quinoa ganz, ganz groß. Ähm, aber es ist noch 20%. Ich hab jetzt vor ein paar Tagen einmal mal Cranberry-Saft gehabt. Und da stand auch ganz groß Cranberry-Juice. Und das war 10% von Cranberry. 90% Wasser und Zucker. Hahaha. Ähm, macht man auch. Okay? Ähm, Nase sagt, also das ist live, hab ich noch nie vorher gehabt im Glas. Uh, der riecht total danach. Quinoa. Also ein Kumpel von mir. Er nimmt immer wieder Quinoa in seinen Salat. Er schmeißt auch diese kleine, ähm, ich sag immer Grits dazu. Also aus Süd. Jemand aus dem Süden, aus Amerika, aus den Vereinigten Staaten. Gibt es hier einfach mal diesen Grits. Also es ist ein bisschen wie Porridge. Also wie ein, ein, ein Brei. Und da sind größere Stückchen da drin. Ähm, echt, das riecht was danach. Das ist interessant. Ich hab noch nie ein Whisky gehabt, der so gerochen hat. Also ich krieg tatsächlich eine Mischung. Und jetzt werdet ihr sagen, hä? Ich hab ein bisschen so Ginger Ale, also Ingwer. Und ich hab ein Root Beer. Und Root Beer ist in Amerika genial. Und alle Leute hier in Deutschland, die ich kenne, sagen Root Beer. Das ist ekelhaft. Aber ein bisschen ist ein Combo davon, von Ginger Ale und Root Beer hier zusammen. Aber ich krieg eindeutig eine, das Wort Nuss, Haselnuss, bis hin zu Walnuss ist da. Und, ähm, auch eine Getreidige. Stell mal vor, man würde einfach mal, ähm, so ein Brei, ein Hafer, nicht ein Haferbrei. Wie heißt diese Babybrei? Also, da sind die ganz, ganz feine Körner da drin. Und dann würde man ein kleines bisschen Nuss-Nugget, also nicht ganz, ähm, ja doch, von mir aus tun, ein bisschen Nutella da rein. Also, ist das wirklich Nutella im Glas? Es ist eher Walnuss. Es ist nicht, es ist kein Haselnuss, es ist ein Walnuss. Wow, ist das abartig interessant. So etwas habe ich noch nie gehabt. Wirklich nicht. Also, keine Ahnung. Okay, also Farbe ist echt Bombe. Also, wenn man überlegt, hier, ein paar Monate im Glas, richtig, richtig, richtig gut. So. Walnuss im Glas, mit ein bisschen Nutella und ein bisschen Brei, ich weiß es nicht, Porridge. Komisch, komisch, komisch. Ich probiere mal. Holz, wow. 46% ist schon hart. Da hat ein bisschen Alkohol drin. Da ist was Getreidiges schon. Also, und jetzt ist es wirklich diese Quinoa. Ab und zu mal, wie ich schon erwähnt habe, mein Kollege hat einen Salat, wo er Quinoa auch rein tut, weil es sehr gesund ist. Und das habe ich ja. Und das bleibt im Mund auch. Es ist ein lang anhaltender Abgang. Also, stell mal vor, du machst einfach mal einen Salat. Da kommt von mir aus ein bisschen Rucola. Da kommen Walnüsse klein gehackt. Und Quinoa obendrauf. Und da brauche ich jetzt ein kleines bisschen jetzt hier, ein bisschen Soße. Was für eine Soße ist das? Walnussöl. Genau. Mach ein bisschen Walnussöl darüber. Das hast du hier. Interessant. Also wirklich, wer ich schon einmal am Walnussöl hatte, das habe ich immer wieder mal benutzt, auch gerade für meine Salate. Tada. Ich freue mich, weil ich weiß genau, was ich jetzt hier endlich gerochen habe. Also, ich möchte doch ein kleines bisschen Wasser dazu tun. Schauen, was da passiert. Keine Ahnung, ob das gut wird oder schlecht wird. Also ein bisschen jetzt der Alkohol geht weg. Auch diese Nüssige geht weg. Also ich habe das wirklich wahrscheinlich bei knapp unter 40. Mein Bauch, gesagt, 38%. Also der Alkohol ist immer noch präsent. Er wird dadurch süßer, wesentlich süßer. Leert ein bisschen hier von diesem Walnussöl-Charakter. Oh, was gebe ich denen? Der ist ein Exot. Der ist einfach mal ganz, 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 ganz was anders. Und deshalb gebe ich denen ein 3. Der ist nicht schlecht und auch nicht gut. Der ist einfach anders. Meins ist ein nicht. Also eine Flasche werde ich nie davon kaufen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen werde. Wahrscheinlich tue ich das auf meinen Sample-Listen und sage, ich habe es probiert. Mache ich nicht so gerne. Und jemand anderes kann seine Freude oder seinen Ärger damit haben. Also immer schauen, da bei meiner Sample-Liste, da ändert sich alle Woche. Irgendwas kommt dazu. Auch Sachen gehen immer wieder weg. Kinoa Corsair. Preisleistung 68 Euro, sage ich mal ein 4 minus. Also das ist ganz schon teuer. Also muss ich sagen jetzt hier. Meins ist es nicht. Whisky Jason sagt, muss nicht sein. Es ist abartig interessant. Habe ich schon gesagt. Aber es nicht wie Whisky schmecken sollte. Sage ich Whisky Jason. Vielen Dank, dass du likest. Vielen Dank, dass du abonnierst. Vielen Dank, dass du weitererzählst. Und vielen Dank, dass du ab und zu mal auf Amazon klickst und irgendwas anders kaufst. Das ist immer ganz gut. Tausend Dank. Tschüss und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.